Seit dem Anbeginn der Zeit sind wir da. Wir haben die Menschen begleitet durch eine Zeit, in der Kreaturen, Götter und Entdeckungen allgegenwärtig waren. Besucher kamen und gingen. Das Beste aus unseren Begegnungen haben wir uns bewahrt. Wir konnten Traditionen wachsen sehen. Und Handwerk, das bis zur Perfektion verfeinert wurde. Paläste wurden erbaut und gingen wieder verloren. Und Glaube wurde auf die verschiedensten Weisen gelebt. Seit jeher konnten wir hier Zukunft erleben. Dank Erfindungsreichtum, Kultur und einem offenen Blick. Entdecke uns. Entdecke 40.000 Jahre Baden-Württemberg.